Herzlich Willkommen zu Lisas Welt, der Satire zum Mitnehmen von Report Mainz. Lisas Welt ist der Kinderblick auf die große Politik. Lassen Sie sich überraschen, was Lisa dieses Mal zu sagen hat. Der Messias Müntefering soll jetzt die SPD retten. Vor dem Leibhaftigen im Saarland. Vor der Wahnsinnigen in Hessen und vor dem Umfragekeller in Berlin. Der Beck wollte auch die SPD retten. Vor dem Müntefering und vor dem Steinmeier. War dann aber nicht mehr zu retten. Weil die Ypsilanti die Ypsilanti retten will. Zusammen mit dem Leibhaftigen. Und vor ihr die SPD niemand retten konnte. Der Beck schon gar nicht. Die Nahles wollte den Beck retten, weil der der Einzige war, der sie vor der Rache von Müntefering hätte retten können. Weil die den ja damals gemäufelt hat. Mal sehen, was jetzt passiert. Die Seeheimer wollen die SPD am liebsten vor den Nahles retten. Und vor der Ypsilanti und vor den Linken. Die Linken wollten die SPD davor retten, dass die der Steinmeier rettet, weil der sonst noch die Agenda 2010 rettet. Aber davor hat ihn jetzt ja der Müntefering gerettet. Und weil dann alle die SPD endlich gerettet haben, ist die SPD davor gerettet, je wieder regieren zu müssen. Lisas Welt sehen Sie in Report Mainz alle drei Wochen im Ersten und natürlich im Internet unter reportmainz.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.